Scheiße! Boom! So volle Kanne rein! Oh, wow! Du hast beschissen gespielt! So! Stellt euch auf! Vielen Dank! Gerne! Ich hau ihm eine rein! Hey ihr! Da lass ich euch eine Sekunde aus den Augen! Entschuldigung! Nicht doch! Reiß dich zusammen, Tanaka! Verzieh dich, du nichts, Nutz! Du Vollidiot! Hör endlich auf, so scheiß nervös zu sein, klar? Hey, ist dein Schäden in Ordnung? Mann, das musst du eh getan haben, oder? Hört auf, macht es nicht noch schlimmer! Ich hielt euch beiden recht, dass er wütend wird! Was findest du so doof, Rumpf? Hör sofort auf damit, klar! Hierhin! Los, komm zu mir, mein Schätzchen! Macht ihn ordentlich rein, ist ganz einfach! In der Tat, du bist ein Vollidiot! Scheiße! Mein zuckersüßen Zögling, in einem offiziellen Spiel als Zuspieler, völlig fair in Grund und Boden stampfen! Wir machen ein Spezialtraining für Anna! Ey, was soll das? Angriff bin ich ihm immer noch voran! Au! Ey, was? Oh, ich aber, du Arsch! Dann streng dich gefälligst ein bisschen mehr an, anstatt so einen Schwachstest zu labern! Aber Eva! Was denn? So ein Genie nervt doch total, findest du nicht? Der Kerl, dem die Frauen hinterher kreischen, geht mir viel mehr auf den Sack! Aua! Wie cool ist das denn? Du, du, du Trottel, du bist aber auch leicht zu begeistern, Dummkopf! Hey, was soll das denn? Renn doch nicht einfach weg! Du hast mich erschreckt und ich hab Schiss vor dir, wenn du dich aufregst! Jetzt habe ich mich noch gar nicht aufgeregt, du Memme! Hey, Asahi! Oh nein, der ist schon wieder! Äh, ich, ich, äh... Du bist ja ein richtiger Sadist, mein König! Was? Du hast meinen coolen Spruch total versaut, du dummdurstiger Doftrottel! Dann guck, siehst du! Hörst du mir überhaupt zu? Schau hier hin! Mach bitte weiter und durchbrechen sogar einen Dreierblock! Aber das ist doch nicht jedes Mal so... Entspann dich! Verstanden? Wenn's um einen Stammplatz geht, dann ist Rio wohl vorher dran, oder nicht? Na los, versuch's nur, mein Freundchen! Haben Sie das absichtlich für mich ausgesucht, Trainer? Nein, purer Zufall! Oh Mann, dann ist das Schicksal! Nein, das ist Zufall! Wenn das so sein soll, dann nehmt euch in Acht! Gamamoto, halt endlich deine Klappe! Ey!